Hallo und willkommen zurück beim Supersonntag, dem Format ohne Konzept. Heute werfen wir einen Blick auf Scarf. Dieses Spiel wurde mir freundlicherweise gesponsert von den Jungs und Mädels von Handy Games. Die gehören zu THQ Nordic. Und, ähm... Ich habe ein bisschen gespielt von diesem Spiel. Und jetzt erst beim Start habe ich die Beschreibung vom Hersteller gelesen, dass es sich bei diesem Spiel laut eigener Aussage um eine Kombination aus Walking Simulator und 3D-Plattformen handelt. Und das kann ich jetzt tatsächlich so mehr oder weniger bestätigen. Denn es gibt irgendwie kein... Es gibt kein Heads-Up-Display, wie ihr schon seht. Es gibt kein Inventar, es gibt keine... Keine Items, es gibt keine Gesundheitsanzeige. Ich habe noch keine Gegner getroffen. Und es scheint tatsächlich nur so eine Sache zu sein. Geh doch durch die Welt und guck sie dir an, denn sie ist schön. Hat aber auch einiges an Geschichte drin, die bis jetzt, meiner Meinung nach, ausschließlich ohne Worte erzählt wurde. Ich meine, es gab... Es gab, äh, einen Vorspann und so, aber ich bin der Meinung, solange wie das Spiel lief, wurde nicht gesprochen. Zumindest nicht sonderlich viel oder relativ kryptisch. Scarf jedenfalls bedeutet auf Deutsch Schal. Und ihr seht ja schon, was wir für einen krassen Schal hier haben. Ähm, und dieser Schal ist irgendwie lebendig. Und in manchen Situationen wird aus diesem Schal ein Drache. Und manchmal fliegt der Schal auch weg und dann müssen wir den Drachen streicheln, damit er wieder zu einem Schal wird. Und das erinnerte mich alles sehr an Pathless mit diesem Adler, was ich euch ja im letzten Supersonntag gezeigt habe. Jedenfalls können wir hier lang und einen Doppelsprung gibt es auch. Den habe ich irgendwie nach einer Viertelstunde freigeschaltet oder sowas. Oder nach zehn Minuten, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist das Meer so atmosphärisch und guckt euch mal hier um und sieh doch mal, wie schön hier alles ist und so. Ähm, eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist und die mir jetzt wieder auffällt. Es ist unglaublich laut. Ich meine, ich habe, ich habe die, den Sound jetzt schon dreimal runter geregelt, seit ich angefangen habe aufzunehmen. Und es ist immer noch sehr, sehr laut. Und ich habe hier in den Optionen Audio auf vier von zehn. Es ist unglaublich laut. Also ich, ich weiß nicht, warum dieses Spiel so laut ist. Das ist meine Fresse. Ich meine, das meiste, was man hört, sind ja tatsächlich nur irgendwelche Schrittgeräusche. Oder Rauschen von Wasser oder von Wind oder sowas in der Art. Und halt, ähm, hin und wieder auch mal Musik. Aber es ist unglaublich laut. Ich verstehe das gar nicht, warum. Ihr seht auch, es ist ein Indie-Game. Äh, naja gut. Gehört, ist eine Tochter von THQ Nordic. Aber es ist vollständig deutsch, äh, synchronisiert. Und ich bin der Meinung, so richtig synchronisiert. Und nicht nur, ähm, nicht nur übersetzt. Von daher, ähm, war ich sehr überrascht, dass das hier auf Deutsch und auch in mehreren anderen Sprachen übersetzt wurde. Und nicht nur im englischen Original so ist. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier passiert. Ist wieder irgend so ein kleiner... Ein Boot. Unter Wasser ging es auch schon weiter. Da haben, da wurde ein, ein cleverer... Eine clevere Spielmechanik eingefügt. Diese Bälle da verdrängen das Wasser. Wie man hier schon sieht. Das heißt, wenn man mit so einem Ball ins Wasser springt, dann wird in einem großen Umkreis das Wasser verdrängt. Oder eigentlich gelöscht. Es wird nicht verdrängt, es entsteht ja keine Welle. Aber man kann diesen Ball nehmen. Es sieht aus wie ein Wasserball oder irgendwie sowas. Man kann den nehmen und ins Wasser springen und dann passiert einem nichts. Ansonsten, wenn man ins Wasser springt, stirbt man. Übrigens noch eine ganz wichtige Sache. Ich spiele das gerade mit Gamepad. Und ihr seht schon, egal wie ich laufe, die Kamera dreht sich nicht. Und zwar überhaupt nicht. Es ist ganz egal. Die Kamera scheint sich nie, egal was ich mache, automatisch auszurichten. Absolut nie. Vielleicht ist das in Walking Simulatorn auch normal. Ich habe bis jetzt nur einen gespielt. Ich kann mich da nicht mehr so ganz dran erinnern. Aber die Kamera richtet sich nicht aus. Das heißt, jedes Mal, wenn sich die Kamera bewegt, habe ich das selber gemacht. Vielleicht ist es tatsächlich extra für Walking Simulator, damit man sich umgucken kann. Damit man nicht aus der Welt gerissen wird, wenn man sich irgendetwas angucken will. Wenn man irgendwie einen schönen Szenerielauf machen will oder sowas. Ich bin mir nicht so sicher. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man beachten sollte. Auch die Sprünge, muss ich sagen, sind ein bisschen frustig. Hier komme ich jetzt hoch, aber nur weil ich hochlaufen kann. Aber guck mal, dieser kleine Sprung, das ist Augenhöhe. So, und man muss die Taste ewig lange gedrückt halten und dann schafft er es gerade so. Also, die Sprunghöhe ist absolut lächerlich. Das ist der höchste Sprung. Und man muss die Taste sehr, sehr lange gedrückt halten, damit er den höchsten Sprung macht. Normalerweise drücken wir sie so lang und hier muss ich sie so lang drücken. Ich weiß, das ist jetzt schwer, das rüber zu bringen, aber denkt euch einfach mal irgendein beliebiges Jump and Run und man drückt die Taste länger, um höher zu springen. Und hier muss ich sie bestimmt doppelt so lange drücken, um auch die maximale Sprunghöhe zu erreichen. Es wirkt einfach, wie ich finde, etwas träge. Und ohne den Doppelsprung kann man so gut wie nichts machen. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass man den so früh schon bekommen hat. Wir haben noch keine Möglichkeit, irgendwie zu schweben. Das kommt bestimmt auch noch, da wir hier diese Flügel haben, die mich natürlich extrem an Hollow Knight erinnern. Und das Verhalten des Schaltz erinnert mich an The Pathless. Also, es sind durchaus ein paar Sachen drin, die mich an Spiele erinnern, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Gut, Hollow Knight habe ich nicht in letzter Zeit gespielt, aber alles, was ich sehe, erinnert mich an Hollow Knight. Ne? Normal. Aber das Spiel ist von 2019, soweit ich weiß. Von daher kam The Pathless danach. Glaube ich. Ja, relativ sicher. Und gut, Hollow Knight kam davor, aber mein Gott. Einen Doppelsprung machen und da hat er diesen Schal immer dabei. Und dann entstehen diese Flügel. Das ist schon eine coole Sache, muss man sagen. Wenn ich jetzt aber mal den Publisher oder das Studio wörtlich nehme, als Walking Simulator, finde ich es nicht unbedingt passend von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Eher als 3D-Plattformer ohne Gegner. Auch gut. So, hier ist jetzt oben die Kugel. Wir sind gerade unter Wasser, nicht wahr? Da oben ist das Wasser und die Kugel da verdrängt das Wasser. Ich denke mir, hier kann man klettern. Nein, kann man nicht. Dann kann man hier irgendwas anderes machen. Die Zahnräder habe ich eben gesehen und hier ist ja ein Hebel. Ich denke mal, wir müssen nur die Kugel wegbewegen, damit diese Brote, wollte ich sagen, damit dieses Holz hier nicht mehr, ähm, damit es von Wasser umschlossen wird und dann nach oben treibt, damit wir es als Brücke nehmen können. So würde ich mir das vorstellen. Ich bin auch froh, dass immer wieder die Taste angezeigt wird, bei allem, was man machen muss. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch ein Zeichen dafür, dass es ein Walking Simulator ist, weil man die Tasten so selten benutzt, dass man von dem Spieler kaum erwarten kann, dass er die Steuerung wirklich lernt. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Man läuft irgendwie eine Stunde rum und muss dann mal wieder eine Taste drücken und bis dann hat man längst vergessen, welche das ist. Und für sowas bin ich tatsächlich ganz dankbar. Wenn man nicht ständig irgendeine Taste drücken muss, finde ich das gut, dass das einem immer wieder eingeblendet wird. Fast so wie in, wie in, äh, den Spielen von Telltale. So, jetzt wollte ich nämlich eben B drücken, könnt ihr mal sehen. So, jetzt geht das hoch, wunderbar. Und jetzt kommen wir da nach oben. Und jetzt werden wir diese Wasserkugel da nehmen können. Das ist natürlich beeindruckender, wenn man irgendwo an einem Sandstrand langläuft. Jetzt können wir die hier nehmen. Oh. Okay, der ganze Radius ist kleiner geworden, nur weil ich sie in der Hand hatte. Vielleicht werden die auf bestimmten Podesten oder Sockeln größer, ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall müssen wir die jetzt mitnehmen, sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Nicht wahr? Die dürfen wir jetzt nicht wieder ablegen. Ich bin sogar der Meinung, man kann gar nicht ins Wasser laufen. Wenn ihr versteht. Nee, es ist tatsächlich eine harte Barriere. Ich kann nicht reinlaufen, um mich umzubringen. Das ist nicht möglich. Ich kann nur im Wasser sterben, wenn ich wirklich von oben reinspringe. Ja, aber jetzt haben wir jetzt hier... Ach so, wenn man die Kugel in der Hand hält, dann kann man nicht mehr springen. Okay, das ist natürlich eine Sache, die den Weg zurück an die Oberfläche etwas schwerer gestaltet. Aber es ist am Ende des Tages jetzt kein schwieriges Spiel. Man kann auch streng genommen nicht wirklich verlieren. Das mit dem Wasser ist ganz cool gemacht. Ich meine, ich bin noch ein paar Mal gestorben, aber das hat dann auch nicht wehgetan. Also ich meine schon doch ein bisschen, aber war nicht ganz so schlimm. Moment, wie bin ich denn hier? Ach so, jetzt können wir hier unter Wasser. Guckt ja mal. Oh, ja. Können wir nicht. Okay. Weil da aus irgendeinem Grund die Welt zu Ende ist. Okay. Das ist ja interessant. Gut, dann war das hier tatsächlich nur, um wieder zurückzukommen. Ich dachte, das wäre irgendwie etwas gewesen. Oh. Um da hinzukommen, wo ich eben versucht hatte hinzukommen. Aus irgendeinem Grund fällt es mir auch ein bisschen schwer, den Abstand einzuschätzen, wo man sich gerade befindet in der Luft. Ich weiß ja mal nicht, woran das liegt. Und dieses Problem hatten die alten Lego-Spiele, hatten das auch, dass man einfach nicht einschätzen konnte, wo befinde ich mich gerade. Und ich glaube, das war am schlimmsten in dem ersten Lego Indiana Jones. Ist ja schon einige Jahre her. Aber ich bin dutzende Male gestorben an dem Einsprung, weil man einfach nicht einschätzen konnte, wie weit bin ich weg von der Kante. Wann muss ich losspringen? Treffe ich das jetzt? Oder springe ich zu weit oder sowas? Und da habe ich hier auch öfter das Gefühl, dass das der Fall ist. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, warum. Aber jetzt auch wieder ein Lob. Es läuft auch in 21 zu 9 Auflösungen. Ganz hervorragend. Ohne Mucken. Also da kann man nichts sagen. Es ist jetzt... Das ist halt keine Selbstverständlichkeit. Da wird nichts verzerrt, sondern man sieht einfach mehr von der Welt. Ist ganz wunderbar. Läuft sauber. Das ist jetzt so eine Sache, die kann ich jetzt bei jedem Spiel immer noch erwähnen. Weil das halt bei mir der Standard ist. So, und da haben wir jetzt irgendetwas... Die Geschichte war irgendwie ein bisschen seltsam. Und irgendwie hat der Schal auch eine Mutter. Und das ist ja auch ein Drache. Und das hat irgendwie mit Fasern und mit Stoff zu tun. Und das hat mich ein bisschen an Kill la Kill erinnert. Aber egal. Das hier ist irgendwie eine Faser oder irgendeine Energie oder... Ich hab das nicht so ganz verstanden. Sieht aus wie eine neue Fähigkeit. Liane haben wir freigeschaltet. Okay. Ah, ja, na klar. Ohne den Schal kann ich keinen Doppelsprung machen. Okay, clever. Okay, da haben wir jetzt unseren Schal. Der hat sich da jetzt... Er sieht nicht mehr aus wie ein Schal, ne? Der hat sich da jetzt range... Oh Gott! Ja, ich wusste ja nicht, dass ich eine Taste drücken muss. Also Spiel. Komm schon. So. Okay. Wunderbar. Ah ja, und jetzt ist der Schal wieder zurückgekommen. Jetzt will ich aber wissen, ob ich da nochmal ranspringen kann. Ja, kann ich. Wow! Meine Fresse, das schleudert mich aber weit. Ah, das war ja super. Moment, das will ich jetzt genau wissen. Wann kann ich denn Y drücken? Ich muss ziemlich nah dran sein. Okay. Gut, der Schal kommt aber immer wieder hinterher. Das ist in Ordnung. Ich meine, wer weiß, wie viele Fähigkeiten noch kommen werden, ne? Wir haben hier den Doppelsprung. Da kommt bestimmt noch ein Gleiten oder sowas. Wir haben die Liane. Das ist auch nett. Hier waren wir schon mal. Das ist ein Rätsel, was ich schon gemacht habe. Ähm, das bedeutet, wir sind jetzt in Metroid-Weniger. Met... Heh 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 heh. Metroidvania-mäßig wieder zum Anfang gekommen. Hier gibt es auch rudimentäre Schalter-Rätsel und sowas. Das ist klar. Das gibt es, äh, nur in jedem Spiel, ne? Also ich meine, wenn man keine Skill-Punkte verteilen kann, dann gibt es Schalter-Rätsel. Und manchmal gibt es beides. Hier gab es auch die Wasserkugel, mit der man hier reinlaufen konnte. Dadurch hat man sehr deutlich gesehen, was passiert, wenn man so ein Ding hat. Aber das ist meiner Meinung nach... Äh, ne. Ne, doch. Das ist der Weg zurück. Aber ich glaube, den Weg müssen wir erst einmal gehen. Den Weg müssen wir gehen. Nein, das ist cool, dass ich euch das nochmal zeigen kann. Hier, wie man hier unter Wasser langläuft. Das ist ein netter Effekt. Man kann es sich anders sagen. Man braucht jetzt auch gar nicht, äh, groß diskutieren, warum... Warum tropfen die Pflanzen nicht? Die waren doch eben noch nass. Nein. Die Kugel verdrängt jegliche Feuchtigkeit. Und deshalb ist alles staubtrocken, wenn man langläuft. Und das ist eine coole Idee. Da müssten eigentlich die Pflanzen noch so ein bisschen zusammen, äh, fallen und sowas. Aber das ist schon in Ordnung. Und eigentlich müsste unser kleiner Charakter hier augenblicklich sterben, weil das Wasser aus seinem Körper verdrängt wird. Aber was weiß ich schon. Das war... Das weiß ich nicht mehr. Das war irgendjemand. Und der hat irgendwas gemacht oder irgendwas gesagt. Es gab auch einen Zeitpunkt, da haben wir ein Muster auf dem Schal bekommen. Und als das voll aufgefüllt war, habe ich dann die Flügel gekriegt. Das war, glaube ich, das Erste, was man im Spiel gemacht hat. So ziemlich. Ähm. Und dann konnte man erst hier hoch. Weil das ist buchstäblich der Anfang des Spiels. Äh, jetzt weiß ich gerade nicht so ganz. Wir gehen mal hier hin. Das ist natürlich außer die Sache Walking Simulator. Äh, man hat kein... Kein, kein... Keine Map oder irgendwie sowas. Man kann sich nicht umgucken, wo muss ich denn jetzt langlaufen und so. Das weiß ich alles nicht, ne? So, hier wird auf irgendwie ein bisschen die Farbe aus der Welt gezogen. Das wird irgendein Portal sein oder sowas. Ich glaube hier, dieses schwarze Ding mochte der Schal nicht. Da ist er geflohen. Da ist er weggerannt. Ne, nicht mehr. Da konnte man ursprünglich... Ursprünglich, ähm, irgendeine Inschrift lesen. Und dann kam eine Stimme, die hat kurz was gesagt. Und das mochte der Schal nicht. Und der ist weggeflogen. Und dann liegt buchstäblich irgendwo der Drache so ein bisschen wimmernd am Boden. Und man muss ihn dann streicheln und dann wird er wieder zum Schal. Es ist nett gemacht, ne? Ich will es... Ich... Ich... Ich will es nicht sagen, ich bin enttäuscht davon. Ich will es aber nicht zu sehr in den Himmel loben. Weil es eine nette Idee ist. Aber... Mehr halt nicht. Bis jetzt, ne? Ich will es jetzt auch nicht unnötig schlecht machen. Aber es ist halt jetzt keine Revolution. Es ist was Kleines, Nettes und es tut niemandem weh. Und es ist halt da. Und ich meine, warum nicht? Los gehen wir aber doch nochmal. Nochmal hier zurück. Denn auf der anderen Seite des Wassers. Da war eine... Eine Reihe von Plattformen in der Wand. An denen man hochklettern kann. Ja. Oder über die man drüber springen kann. Macht keinen Unterschied. Es ist im Endeffekt das gleiche. Und da wollen wir jetzt nochmal hochgehen. Weil ich dachte, ich müsste so weit zurück. Ich hätte jetzt ursprünglich erwartet, dass gleich hier irgendwo etwas ist, wo ich mit der Liane weiterkomme. Vielleicht irre ich mich auch komplett. Und ich bin idiotischerweise im Kreis gelaufen. Und das war gar nicht vorhergesehen. Aber ich bin der Meinung, mit der Liane bin ich... Ja, hier geht's weiter. Tatsächlich. Tatsächlich. Dann war das doch der richtige Weg, den ich ursprünglich einschlagen wollte. Hier geht es jetzt weiter. Also wirklich Metroidvania-mäßig. Es hat wieder nicht gerecht. War nicht nah genug dran. Ah, das ist ärgerlich. Selbst wenn man prinzipiell unsterblich ist, ist es ärgerlich, wenn man sowas nicht trifft. Und da fliegt unglaublich weit. Warum er ein Loch in der Brust hat, was rumwabert, weiß ich auch nicht. Oh, was ist jetzt? Okay, der Schal findet irgendwas doof. Ich habe es auf Y gehämmert. Achso, ich hatte fast das Gefühl, als würde ich gewürgt werden und ich müsste ihn abwerfen, weil er Angst hat oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Aber das ist das, was ich eben meinte. Das war das... Das ist das gleiche Ding, was draußen war. Mal gucken, was es sagt. Aber Dunkelheit meint es gut mit Nomaden. Dunkelheit gab Rebellen ihr Schild. Die Wahrheit wird aufgedeckt werden. Oh weh. Warum bin ich von Dunkelheit bedeckt? Das ist nicht gut. Das ist nämlich ein Senua. So, ein Hellblade. So, jetzt sehen wir hier den Drachen. Und dem müssen wir jetzt sagen, dass alles okay ist. Und so. Und dann ist es gut. Und dann wird er wieder zum Schal. So. Verbindung. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, auf Y zu hämmern oder ob man es gedrückt halten sollte. Ich weiß auch nicht, ob ich sterbe, wenn ich nicht auf Y drücke. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich jetzt Lacklederschuhe habe. Lacklederstiefel. So. Und das ist die Dunkelheit. Das ist eigentlich nicht gut. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Und wie ich jetzt damit umgehen soll. Und überhaupt, wo wir jetzt hingehen sollen. Weil ich habe nicht so das Gefühl, dass jetzt irgendetwas geändert hat. Das wirkte auf mich jetzt fast wie ein Bonusraum. Es kann natürlich immer sein, dass sich jetzt zu Beginn wieder etwas geändert hat, wo die, wo die erste Inschrift war praktisch. Womit ich halt das Problem hatte, vielleicht haben wir auch eine neue Fähigkeit und können jetzt mit der Kugel springen. Und sich hier auf diese Seite bringen, um dort das Wasser zu verdrängen. Irgendetwas muss das gebracht haben. Aber es wurde mir halt nicht gesagt. Ansonsten bin ich ja da, wo ich vorher war. Nein, ich kann immer noch nicht springen. So. Und hier ist ganz absichtlich, ja, ganz absichtlich abgetrennt, damit man nicht mit der Kugel nach oben kommen kann. Damit man nicht in das Wasser da reinlaufen kann. Okay. Weil, wenn man da reinlaufen könnte, dann, äh, würde die Kugel hier ja gefangen sein. Man könnte sie nicht rausnehmen, weil hier auch wieder so eine hohe Kante ist. Also man braucht irgendwie eine extra Kugel dafür. Und das war Bullshit. Da war eine unsichtbare Wand. Nein, 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 nein. Das gefällt mir gar nicht. Das finden wir doof. Na schön. Ähm, ach, jetzt haben... Vielleicht kommen wir auch da hoch. Ja klar, da sind ja auch Sachen, wo wir unsere Liane ranmachen können. Also warum nicht? Ah! Okay, gut. Ich muss mir Hilfe holen. Wir holen uns Hilfe. Und zwar von der Schildkröte. Das war ein, äh, ein nettes kleines Rätsel. Ich hab die Schildkröte eigentlich auf den Stein gepackt, auf den Knopf gepackt und hab dann den Stein genommen, um drauf zu klettern. Aber bis ich da oben war, ist die Schildkröte von dem Stein weggelaufen. Von dem Schalter. Und dann ist die Brücke wieder ausgegangen. Also musste man auf die Schildkröte springen und den Stein benutzen, um hochzuklettern. Äh, den Stein benutzen. Ach, ihr versteht schon. So, jetzt nehmen wir die aber mal... Ich kann sie nicht mitnehmen. Das sieht man jetzt schon ganz eindeutig. Es ist extra hier eine Barrikade. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay. Jetzt wird's langsam ulkig, weil jetzt fällt mir irgendwie nix mehr ein. Wir nehmen mal die Schildkröte. So. Und machen das, was ich eben gesagt habe. So, wir lassen den Stein immer noch auf dem Knopf stehen, weil wir können nichts anderes mitmachen. Und nehmen die Schildkröte hier, um da hochzukommen. So. Ihr seht schon, ich brauche für jeden einzelnen Sprung einen Doppelsprung. Egal, wie albern der Sprung aussieht. So, und dann waren wir hier oben. Und dann ist irgendwas passiert. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hier wäre jedenfalls ein Knopf. So, aber da geht es nicht weiter. So. Und da geht es auch nicht weiter, obwohl ich jetzt die Liane habe. Und theoretisch weiter könnte, wenn ich denn hinauf käme. Oder kann man vielleicht den Stein hier wegschieben. Aber die Schildkröte nicht. Nee, nee, das ist, das ist extra, sind extra Barrikaden hier. Das geht nicht. Also da komme ich ohne irgendeine Hilfe nicht drauf. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir von hier etwas runterschieben können. Aber da sind ja auch Sachen zum Hochgehen. Okay, waren hier nicht die Boote? Nee. Wo ist denn jetzt der Bereich mit den Booten? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verirrt. Und weiß jetzt gar nicht mehr, was das hier für ein Bereich ist. Weil ich dachte, das ist der Bereich mit den Booten, wo wir herkommen. Aber da muss es sogar vier Wege gegeben haben, die von diesem, die von diesem Zentrum ausgehen. Das ist interessant. Wie gesagt, es ist alles spielerisch nicht anspruchsvoll. Man kann sich alle Zeit der Welt nehmen und sich hier einfach umgucken. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt mit dem, mit dieser Dunkelheit, ob das überhaupt eine erstrebenswerte Sache ist. Oder ob ich das auslassen kann und vielleicht auslassen sollte. Und wenn ich es nicht auslasse, sondern immer in mich aufnehme, gibt es am Ende vielleicht das böse Ende. Ich weiß nicht. Weil ich habe jetzt keinen Anhaltspunkt dafür gefunden, dass diese Dunkelheit, die jetzt die Beine bedecken von unserem Charakter, irgendwie für irgendetwas wichtig war. Das sieht für mich aus wie eine optionale Entdeckung. Ein Bild gefunden. Okay. Hätte ich dieses riesige 10 Meter Bild bei der Schildkröte auch einfach so anklicken können und hätte Punkte gekriegt und ein heißes Collectible. das ich mit meinen Freunden auf Twitter und Facebook teilen kann. Okay, das sieht wichtig aus. Und es sieht seltsam modern aus. Guck das mal an, hinter diesen Feuerbällen. Es sieht aus wie irgendein... Es sieht teilweise aus wie eine Stahlkonstruktion. Es sieht modern aus. Mit ein bisschen Kupfer und sowas. Aber es sind trotzdem nur Steine. Hm. Es sieht auf jeden Fall aus, als würde irgendetwas passieren. Ich will jetzt auch mal kurz ganz ehrlich sein. Ich finde, das Spiel hat durchaus seinen Charme. Aber ich mag nicht, wie unser Charakter aussieht. Ich mag einfach das Design nicht. Diese komischen Haare, die aber irgendwie keine Haare sind und der besteht aus einem Guss und wie er läuft, gefällt mir nicht. Und guck mal, wie klein die Schritte sind, die er macht. Er tapselt übertrieben rum, aber er slidet so über den Boden. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, wenn er den Fuß aufsetzt und der andere Fuß in Bewegung ist, slidet er mit dem anderen Fuß schon über den Boden. Das heißt, es ist kein, kein realistisches Laufen. Er bewegt sich in Geschwindigkeit x, unabhängig zu der Geschwindigkeit, in der sich seine Beine bewegen. Und das stört mich etwas. Nitpicking, aber ich mag halt irgendwie das Design nicht von dem Charakter. Ich weiß nicht. Es tut mir dann auch leid, auch wenn es, wenn es nett ist und, und, äh, interessant und die Umgebung ist schön anzugucken. Ich mag halt nicht, wie der Charakter aussieht. Und das ist eigentlich niemandes Schuld. Das ist eine reine Geschmacksfrage, aber ich weiß, diesen Charakter werde ich mir keine zehn Stunden lang angucken, weil ich ihn, weil ich ihn einfach nicht schön finde. Es ist, es ist halt, ja, es ist halt immer unterschiedlich. Hier fehlt der Hebel. Klassiker. Das ist ja gar kein Problem. Der muss ja irgendwo sein. Was ist denn das hier? Das ist, hm, ich weiß nicht, sehen aus wie diese beiden Stangen, an denen Spongebob seine Hose aufhängt. Ja, egal. Ich glaube, das ist ja schon die dritte Referenz, die wahrscheinlich keiner von euch verstehen wird. Aber gut, sei es drum. Da können wir rüber. Hier eine Bodenplattform, was ist, ob man so durchschmettern könnte mit einem, mit einem Flammensturz-Flug-Superangriff, ne? Referenz Nummer 4, die keiner kennt. So, aber wenn wir da raufspringen, hilft es uns nicht. Es sei denn, der bewegt sich und wir müssen zwischendurch immer wieder, ne? Aber was ist denn da? Was ist denn da für ein Kreis? Was ist denn da für ein komischer Kreis, der sich da immer wieder bildet? Das sieht höchst seltsam aus. Ach da! Ach da, da können wir rüber. Das habe ich gar nicht gesehen eben. Da können wir unsere Liane ranhängen. Seltsam ist mir nicht aufgefallen eben. Dachte, den Sprung schaffe ich niemals. Aber man wird doch geschleudert. Donnerwetter. Schleuder. Wie gut! Ah, ich wusste doch, die Stangen sind irgendwie verdächtig. Okay, dann werde ich zurückgeschl- äh, cool. Wenn das jetzt eine gute Animation hat, das könnte sehr cool sein. Ah. Ah. Okay, sehr gut. Guck mal, wie glücklich er ist. Das war cool. Aber der Schal, der sich um den Hals wickelt, ist jetzt auch schon schwarz. Ich weiß echt nicht, was es mit dem Schatten auf sich hat und ob das eine schlechte Idee ist, was ich die ganze Zeit mache, dass ich immer hingehe zu dem Schatten. Am Ende ist es wirklich so eine optionale Herausforderung und wenn man, wenn man alle holt, dann kriegt man das schlechte Ende. Fast so wie in, wie in Bioshock. Alle Little Sister gefunden und getötet und dann gibt es das böse Ende. Na toll. So, damit käme ich wieder zurück. Und hier ist der Hebel. Können wir den Hebel mitnehmen? Mach mal Knacks. Hm. Knacks macht aber, oh. Ach, das in der Mitte war ein Stöpsel, wa? Ha, 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 ha. Okay. Dann wo man, oh, es ist aber nicht ganz weg, das Wasser. Das macht es natürlich auch wieder interessant. Das ist immer eine nette Sache, wenn es ganz weg ist, kann ich einen Doppelsprung machen? nein. Okay. Also das, die Schleuder ist auch null Gameplay. Man kann keinen Doppelsprung machen, während man in der Luft ist. Auch nicht, nachdem der Schall wieder da ist. Von daher, ähm, braucht man sich da nicht weiter drum kümmern. Meine Güte, das ist aber ein schwerer Hebel. Okay, mit dem können wir nicht springen. Das heißt, wir müssen wieder, ohne zu springen, hier rauskommen. Und ich meine, lockerer könnte das Gameplay ja gar nicht sein, wenn die Welt so designt ist, dass man nicht einen einzigen Knopf drücken muss. Oh Gott. Ah. Und nein, und man wird hier respawnt. Oh nein, ich hasse es. Einfacher könnte das Gameplay nicht sein. Und eine Minute später, ich hasse es. Scheiße. Wir wollen mal kurz, wir wollen mal kurz hier ablegen. Guck mal, hier kann ich, hier kann ich springen und das ist nicht so schwer. Weil hier kann ich stehen. Seltsam. So, ich wollte nur mal kurz gucken, was hier ist. Weil das scheint mich einfach nur wieder nach oben zu bringen. Boah. Also die, die Luftsteuerung ist irgendwie sehr wabbelig. Es ist so, man rutscht irgendwie immer so ein bisschen rum und man rutscht halt auch in der Luft und das, das klingt seltsam, aber vielleicht macht das Sinn. So, da. Ach, das ist etwas, wo man, wo man sich ranhängen kann, glaube ich. Nee. Vielleicht ist es auch ein Collectible. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das werden wir sehen, wenn wir, ah nein, das ist ein Aufzug. perfekt. Okay, wenn ich mit dem Hebel da hinkomme, dann werde ich wieder nach oben aufgezogen. Genau, dann werde ich aufgezogen. So sagt man das doch, wenn man dann an einem Aufzug steht, nicht wahr? Man wird aufgezogen. So, ist richtig. Deutsch lernen mit Pesti. So, jetzt wollen wir hier noch kurz warten. Zu lange gewartet. Oh Gott. Das war verdammt knapp. Okay. Gut, haben wir geschafft. Jetzt gehen wir hier rauf. Ah ja, und jetzt muss ich wieder zu der Schleuder und das wieder rückgängig machen. Okay, ich hätte gedacht, der fliegt einfach nach oben. Aber es macht ja nicht wirklich Sinn. Okay, bin ich mit einverstanden. Ist völlig in Ordnung. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass der, dass der Schal irgendwie ein bisschen korrumpiert wird oder sowas. weil der schwarz ist. Und ich denke mal, ein, ein aus lebenden Phasen bestehender Drache, der sich dazu entschlossen hat, mein Schal zu sein, schlingt sich selbstständig um meinen Hals und wird von der Dunkelheit korrumpiert. Das ist gar nicht gut. Ich habe praktisch eine, eine Bohrkonstriktor um den Hals, die auch noch Feuer spucken kann, ne? So ganz nebenbei. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Wir wollen, doch, wir wollen da hin. Genau. Ich dachte, das wäre der falsche Weg, aber das ist genau richtig. Da wollen wir hin und den Hebel nochmal ziehen und dann müsste hier eigentlich der Wasserstand wieder steigen, nicht wahr? Ja, genau. Wasserstand steigt. Da ist der Hebel. Und wir können jetzt wieder zurückgehen, den Hebel nehmen und in den nächsten Bereich gehen. So, und ich weiß nicht, wie lange läuft das Spiel? Vielleicht drei Stunden? Ich meine, vielleicht vier, fünf. Also die meisten Walking Simulator sind ja sogar nur ein, zwei Stunden lang. Ich habe einmal einen gespielt im Stream, glaube ich. Ich glaube, ich habe das gestreamt und wir sind in dem Stream fertig geworden, obwohl ich bei null angefangen habe. Und ich glaube, wir haben getrödelt. Also zwei Stunden, wenn man trödelt. Das ist zumindest meine Erfahrung mit Walking Simulator. Es war, es war schön und nett, aber ich habe mich so ein bisschen leer gefühlt und so ein bisschen enttäuscht, als es vorbei war, weil ich dachte, ja, das ist jetzt ein bisschen das war jetzt ein bisschen lahm. So, da, X müssen wir drücken. So, was passiert? Ah, es geht wahrscheinlich nur die Tür auf, ne? Ah, keine Tür. Ah, gut, dass sich die Kamera ausgerichtet hat. Ich mochte das sehr in Darksiders, dass die Kamera von dem, was sich gerade bewegt hat, wegzoomte, zu dem Ort, wo der Charakter sich gerade befindet. Das war hier nicht so, aber die Kamera hat sich ausgerichtet, völlig in Ordnung, man hat gesehen, wo man hin muss. Ähm, ich habe so das Gefühl, da komme ich nicht rüber. Doch, Tatsache. Okay, wer bist du? Ich erinnere mich, Ozean freigeschaltet. Ich erinnere mich, diese, diese Wesen haben immer ein bisschen, ein bisschen Stoff an sich, ein paar, ein paar Fasern und der hatte das als eine Art Kette umhängen und unser Drachenschal schnappt sich einfach die verbleibenden Fasern und wir schalten irgendetwas dadurch frei? Vielleicht ist es optional? Ich weiß nicht. Wir haben jedenfalls zwei gefunden und wir haben etwas Neues freigeschaltet und irgendwas war auch mit Portalen, ich habe es vergessen. Tja, an dieser Stelle endet die Aufnahme. Ich weiß nicht, was mein Aufnahmeprogramm für ein Problem hat oder was das Spiel für ein Problem hat. Jedenfalls war das eine Ladezone und es hat aus irgendeinem Grund die Aufnahme beendet. Ich habe allerdings, nachdem wir diese Ladezone durchschritten haben, nur irgendwie zwei, drei Minuten weitergespielt und deshalb ist der Verlust jetzt an dem Videomaterial nicht allzu groß und deshalb hören wir uns einfach mal mein abschließendes Fazit dazu an, denn Ton konnte ich wunderbar aufnehmen, nur kein Bild. Ja, das ist jedenfalls Scarf von meiner Seite, von diesem Supersonntag. Ich meine, wie gesagt, es ist nett. Es ist nett. Es macht jetzt eigentlich nicht viel falsch. Es stört mich, dass man, dass man einen ziemlich trägen Sprung hat und dass man immer so herumschwimmt und nicht so viel Kontrolle über sich selbst hat. Das stört mich etwas. Ich mag das Charakterdesign nicht. Gut, das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung. Aber jetzt so von sich aus, warum nicht? Es ist da. Es tut niemandem weh. und das ist eigentlich, eigentlich ist das ganz nett. Ich weiß immer nicht, ob ihr mein Fazit am Ende überhaupt braucht oder ob ich nicht durch dieses Video schon ein Bild machen konnte, was deutlich genug ist. Deshalb sage ich einfach vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.